Wieso dein Ego daran schuld ist, dass du keine guten Finanzen hast und warum du unbedingt deswegen arm aussehen solltest. Genau darum geht es heute in diesem Video. Wenn du keinen Bock hast, das ganze Video zu schauen, unten in der Beschreibung findest du auch einen Blog, wo ich das Thema einmal durchspreche und einen Podcast, wenn du lieber das Ganze ein bisschen mit mehr Beispielen noch unter dem Ort haben möchtest. So, was habe ich hier angemalt? Und warum ist es so wichtig, dass du arm aussiehst? Ich weiß, dass das ein sehr kontroverses Thema ist und dass immer dieser Spruch bei den Leuten eingeimpft wird, und Kleider machen Leute und sicherlich ist es auch so, dass wenn ich zum Beispiel morgens jetzt im Fitnessstudio laufe und ich vielleicht im Hochsommer, weil es mega heiß ist, meine Crocs trage und dann Gym-Sachen hinlaufe, sprich in Jogginghose, in normalem Trainingst-T-Shirt, dann sieht das nicht so toll aus, als wenn ich da jetzt in einer vernünftigen Schino hinlaufe, saubere weiße Schuhe und ein weißes Hemd anhabe. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Das heißt ja nicht, dass du dich für passende Anlässe nicht entsprechend kleiden kannst, sondern dass du halt grundsätzlich ein Mindset hast, dass du sagst, okay, ich muss jetzt mein Geld nicht übermäßig für irgendwelchen Konsum ausgeben und das betrifft nicht nur die Kleider. Warum, sage ich dir heute genau in diesem Video und auch was dieses Schaubild damit zu tun hat. Es gibt einen Fachbegriff dafür, hedonistische Tretmühle, heißt das auch. Wie gesagt, mit solchen Wörtern tue ich mich immer schwer. Aber nichts anderes ist es eigentlich als das hier. Und das beschreibt eigentlich perfekt, was ausgelöst wird, wenn du Geld für Konsum ausgibst. Und zwar folgendes. Wir wollen vielleicht hier ein neues iPhone haben. Beschäftigen uns aktuell damit. Kannst du auch mal gerne auf den Technikkanälen schauen. Diese Videos mit Lohnt sich der Umstieg, neues iPhone? Lohnt sich der Umstieg, neues MacBook oder neuer PC oder was weiß ich? Die haben immer die meisten Aufrufe bei diesen Technikkanälen. Warum ist das so? Weil wir Menschen nach Rechtfertigung suchen, warum wir uns das Ganze jetzt kaufen sollen. So, was passiert, wenn wir uns was Neues kaufen? Das ist jetzt ein iPhone 13. Ich glaube, jetzt kommt das iPhone 17 raus. Oder 16? 14? Ich weiß es schon mal nicht mal mehr. Und in dem Moment, wo ich mir jetzt ein neues iPhone kaufe, passiert Folgendes. Ich kriege ein Dopamin-Hit, weil ich habe ja was Neues. Ich habe was Besseres. Und das hält dann so lange an, bis der Nächste vielleicht noch ein besseres Handy hat. Vielleicht das neuere iPhone mit der noch besseren Kamera. Vielleicht hat er das Max-Modell. Vielleicht hat er mehr Speicherplatz oder, oder, oder. Aber bei diesem Modell geht es darum, dass wissenschaftlich erwiesen ist, dass wir zwar durch neue Sachen, also durch Konsum, einen Dopamin-Hit bekommen. Das heißt, wir ein positives Seignis haben, was unser Glücksgefühl anhebt. Aber danach erwiesen ist, dass ein Monat später das Ganze wieder auf einem Niveau ist. Heißt, vielleicht hast du es ja auch mal erfahren, kauf dir mal ein neues Handy, ein neues Spielzeug. Aber in 30 Tagen, am Anfang, also in 30 Tagen wirst du wieder genau da sein, wo du vorher warst. Weil am Anfang ist das so, boah, cool, neu und so und darf nichts drankommen. Und ich habe das schon so oft gesehen, gerade bei Handys, dass Leute damit umgehen, als wäre es ein großes Ei. Es ist aber dann irgendwie zwei, drei Monate alt. Ja, dann wird es hingeworfen, ist auch egal. Ist bei meinen Handys, oder war früher bei meinen Handys übrigens genau das Gleiche. Ich habe immer gedacht, boah, Schatz, neues Handy und sowas. Ja, also, mein Schatz, so wie bei Herr der Ringe. Aber das gilt halt nicht nur für Handys, das gilt auch für alle anderen Sachen. Und ich habe das bei mir mega häufig beobachtet. Und wenn ihr diese Sachen lösen wollt, müsst ihr verstehen, wo das herkommt. Aber es steckt genau das dahinter, dass ihr halt mit der Zeit sagt, okay, ich brauche mehr. Das ist übrigens auch genau der Punkt, warum Leute in Drogenabhängigkeiten reinrutschen. Ja, die wollen dieses Glücksgefühl immer wieder haben, weil denen halt, gut, da hängt noch ein bisschen was anderes noch dahinter, weil der Körper keine Glücksgefühle mehr herstellt und so. Aber das ist bei Konsum genau das Gleiche. Man will immer mehr davon, damit man wieder aufs gleiche Niveau kommt. Also bei Drogen ist es so, dass es ins Negative geht. Und bei Konsum ist es so, dass das Ganze halt einfach die Ansprüche hebt. Ja, und deswegen fällt es Leuten auch so schwer, wenn sie zum Beispiel sagen, okay, ich wohne heute mit zwei Personen in einer 150-Quadratmeter-Wohnung, den Gang zurückzumachen und sagen, naja, 70 Quadratmeter reichen auch für uns beide. Das ist der Grund, warum es Menschen schwerfällt, auf Dinge, die sie schon gehabt haben, zu verzichten. Wenn du jetzt das Dieses Modell erkennst, solltest du wirklich mal hergehen und einmal durchrechnen oder mal in die Ausgaben reingehen bei dir und schauen, hey, wie viel Geld gibst du eigentlich wo aus und was ist wirklich sinnvoll? Und vor allem dieses Modell im Hinterkopf behalten, wenn du das nächste Mal etwas kaufst. Ja, wenn du das nächste Mal sagst, hey, ich brauche ein neues Handy, ich brauche neue Klamotten, ich brauche neue Hosen, wird mal wieder Zeit. Ist das, weil du einfach einen kurzen Dopamin-Hit brauchst, weil du vielleicht gerade irgendwelche anderen Themas, die du lösen solltest, Stress auf der Arbeit, Stress mit dem Partner, Stress mit den Freunden oder sowas, und deswegen Geld ausgibst, ja, und dass es deswegen ein emotionales Thema bei dir wird oder steckt etwas anderes dahinter. Das wollte ich dir heute in diesem Video mal mitgeben. Wie gesagt, in der Beschreibung findest du einen Podcast dazu, da hätten ich noch ein paar mehr Beispiele aus meiner Zeit, einen Blog-Artikel gibt es dazu auch. Und wenn du Fragen dazu hast, hau sie mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video wieder geholfen hat und gefallen hat, gib mir gerne ein Like, würde ich mich selber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.